Kommen wir jetzt zu den Analysewerkzeugen, die uns einige Add-ons im Firefox anbieten. Ich rufe den Firefox auf und habe dort die Index-HTML-Seite. Zunächst einmal zur Orientierung. In unserer VM haben wir den Firefox mit den folgenden Add-ons ausgestattet. Zum einen haben wir hier die Web-Developer-Leiste, die Sie sich demnächst einmal im Detail ansehen dürfen. Dann haben wir zwei weitere Add-ons. Hier haben wir unseren Marienkäfer. Wenn wir draufklicken, geht die Konsole auf mit vielen Einstellungen, die wir uns gleich genauer anschauen werden. Und wir haben unseren REST-Client. Nur so viel in dieser VM. Wir beginnen mit unserem Firebug. Wir wollen an der Stelle nur den HTTP-Traffic analysieren und gehen wieder auf unsere Willkommens-Seite. Deaktivieren aber vorher mit dem Web-Developer alle Caches. Das habe ich schon getan. Sie sollten es noch nachvollziehen. Damit wir auch den gesamten Datenverkehr zwischen Client und Web-Server tatsächlich aufzeichnen und nicht mit der Cache-Version, wo es eigentlich nichts zu sehen gibt. Gut. Rufe ich diese Seite auf. Das hieße, ich würde eine Get-Request-Methode absetzen. Dann passiert da unten etwas. Wir schauen uns das mal in der Großaufnahme an. Wenn Sie hier auf die URL gehen, Get localhost, genauer HTTP localhost. Und wenn wir die jetzt aufschlagen, sehen wir die Optionen. Den Header unserer Anfrage, die Antwort, die wir vom Server bekommen, als Rohdaten, nicht gerendert. Und wenn wir quasi als Browser auftreten und das interpretieren, sehen wir, was wir vorher auch gesehen haben. Gehen wir zurück zum Header und schauen uns die Anfrage zunächst an. Wir haben, wie das auf den Folien erläutert wurde, erklärt, dass wir ein Textdokument anfordern in der Darstellung HTML, aber auch andere Optionen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wir akzeptieren komprimierte Fassung davon, gesippt oder deflated, in deiner Sprache mit diesen Vorlieben. Und die Verbindung soll aufrechterhalten werden. Und wir heißen localhost. Und unser User-Agent, der diesen Request abgesetzt hat, hat diese Signatur. Der Web-Server, der Apache, antwortet mit dem, was wir auch schon gesehen haben, aber hier in voller Länge und mit der Variante, die hier installiert ist und wie der Apache konfiguriert ist. Was haben wir noch, um damit ein wenig zu operieren? Wenn wir das nochmal zumachen, dann sehen wir als erstes immer den Status-Code. Alles okay, die Repräsentation der Ressource wurde empfangen. Wir befinden uns, oder wir haben die Ressource unter localhost angefordert. Die Größe war 387 Bytes auf dem Port 80. Das Ganze hat eine Millisekunde gedauert, wobei sich das aufschlüsselt in Verbindungszeit, in Sendezeit, Wartezeit, Empfangszeit und viele Dinge mehr. Gut, bis hierhin die Vorstellung der drei Tools, die Sie im Folge, also im Verlauf des Kurses immer wieder einsetzen werden.